Na gut, dann gehen wir mal auf das Schlimme ein. Es gibt schlimme Sachen. Zum Beispiel, wenn der Stroh rausfällt. Aber es ist gar nicht so schlimm. Erektionsstörungen sind auch ganz schön schlimm, aber nicht so schlimm. Das kann man ja leicht wieder auspügeln. So, geht los. Du verpasst deinen Puff. Deine Freunde auf Schuss. Der Bibel in der Türkei. Dein Verbrei von Omerlei. Du hast doch nie gefickt. Du hast es nicht geblickt. Du bist zu oft, wenn sie blüht. Dein kleines Lieben ist der Hüt. Das Schlimme ist ein Aspire. Das Schlimmste ist, wenn das Bier an ist. Das Schlimmste ist, wenn das Bier an ist. Das Schlimmste ist, wenn das Bier an ist. Das Schlimmste ist, wenn das sinkt. Du hast es nicht gecheckt. Ja, ich bin ein Aktion. Das Schlimmste ist, wenn das Bier an ist. Das Schlimmste ist, wenn das Bier an ist. Das Schlimmste ist, wenn das Tier an ist. Bisschen aus Pialis Plachstöpfe Bisschen aus Pialis Plachstöpfe Bisschen aus Pialis Plachstöpfe Bisschen aus Pialis Ich schaue vom Ent, vom Parlament Begeht hier auf New York Deine Dufelte Fron Der ist immer alles gequält Plachstöpfe Bisschen aus Pialis Bisschen aus Pialis Gitaro Bisschen aus Pialis 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 Ist wenn das Bier alles, es ist kein kleiner Schlimmste. Ist wenn das Bier alles, der Schlimmste. Ist wenn das Bier alles, der Schlimmste. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020